Warum sollten Sie in Erfurt studieren? Es ist einfach bei uns eine sehr angenehme Studienatmosphäre. Unsere Ausbildung ist gut und praxisorientiert. Gerade wenn Sie Lehrer werden wollen, erhalten Sie hier bei uns eine Top-Ausbildung. Wir haben ein gutes Betreuungsverhältnis. Bei uns kennen sich alle, unsere Studenten und Dozenten kennen sich untereinander. Und das spricht eigentlich für ein Studium an der Universität Erfurt.